Kennst du das? Die Unterbauchschmerzen sind so stark, dass du dich am liebsten nur im Bett verkriechen möchtest? Ein Leitsymptom der Endometriose sind krampfartige Schmerzen im Unterbauch, die so stark sind, dass die Betroffenen nicht mehr im Alltag teilnehmen können. Solltest du diese Beschwerden kennen, ist es wichtig, das abklären zu lassen und gegebenenfalls behandeln zu lassen. Denn sehr starke Unterbauchschmerzen sind nicht normal und können ein Zeichen von Endometriose sein. Die gute Nachricht ist aber, es gibt Behandlungsoptionen und du bist nicht allein. Auf unserer Webseite findest du Informationen und hilfreiche Kontakte.